Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin wieder unterwegs auf Lost Place Tour. Dieses Mal haben wir ein altes Hotel gefunden. Ich kann euch jetzt noch nicht sagen, wann es verlassen worden ist oder wann es im Endeffekt jetzt dann hier nichts mehr gemacht worden ist. Aber hier stehen wir. Guckt euch den Saal an, Alter. Guckt euch den Saal an. Das ist ja ein mega krasser Saal. Hier sind noch alte Stühle und so. Die Holzverteflung ist echt absolut krass. Absolut krasser Scheiß, Jungs, oder? Wahnsinn. Hier ist die Bühne. Wahnsinn. Und das tricky ist, das zeige ich euch jetzt mal da draußen, falls ihr es sehen könnt. Hier direkt Hauptstraße und ein paar Knoblaut-Autos. Krasser Scheiß. Das ist alles echt der Hammer. Der schesselt mich voll. Guckt euch das an. Schon krass, wenn man sich das mal so betrachtet. Hier hinten haben wir noch auf jeden Fall relativ viele Sachen noch im Start. Krass. Und hier hinten ist die Küche. Küche ist auch krass, wenn ihr euch das so anguckt. Hier ist sogar noch ein altes Geschirr am Start. Hier geht es dann hoch. Guckt euch das hier an. Das ist absolut krass, oder? Hier. Hier altes Pissoir. Aber der Baum ist jetzt verkehrt mich auch voll. Schwarz einfach. Hier ist nur ein altes Babybett. Krass. Das ist nochmal ein Bereich für Mitarbeiter, was man so jetzt zumindest gesehen hat. Schon heftig. Jetzt schauen wir mal weiter. Was uns da noch erwartet. Wir wissen es nicht. Gehen wir mal weiter hoch. Da ist ein Fenster offen. Seht ihr das? Und da drüben, wie ihr es sehen könnt, da drüben genau sind lauter Autos. Also das heißt, das Ding steht mitten im Dorf. Mitten im Dorf. Und ist verlassen. Das hier ist das obere Stockwerk. Altes Bad. Auch hier wieder. Altes Hotelzimmer. Die sehen im Endeffekt alle gleich aus. Aber krass, dass das 22 Jahre verlassen ist, von dem man so ausschaut. Wahnsinn. Also ich hätte mit vielen, oder viel erwartet, dass ziemlich viel zerstört ist oder so. Aber das ist hier nicht der Fall. Und jetzt seht ihr das hier unten? Wo sind Leute? Hier oben machen wir einen Notausgang. Und das hier ist jetzt ein Teil eines Hotelflurs. Gehen wir nochmal in ein Zimmer. Toilette. Schaut euch das an. Als würde nachher einer kommen und sagen, ey, ich brauche ein Hotelzimmer. Schon krass. Gut, hier sieht man, dass das dann schon ein bisschen heftiger ist. Aber hier geht es dann auch raus. Schaut her. Hier geht es auch raus. Und da geht es dann drüben rüber. Und da kann man von drüben über die Treppe hochgehen anscheinend. Wahnsinn. Schon geil, oder? Schreibt es mir in die Kommentare. Geile Location, hätte ich jetzt gesagt. Gehen wir mal wieder zurück. Das ist schon eine geile Location. Muss man einfach so sagen, dass es 22 Jahre verlassen ist. Warum es verlassen wurde, kann ich euch gar nicht sagen. Also da müssen wir mal recherchieren. Ich kann es euch nicht genau sagen, wieso. Aber anscheinend war das Hotel jetzt nicht all so riesig, weil das war es hier oben dann eigentlich schon mit dem Hotelzimmer. Hier hinten waren wir schon. Hier hinten waren wir schon. Den unteren Bereich haben wir, glaube ich, auch alles abgefilmt. Hier oben haben wir Akustikplatten. Und hier steht Zimmer 11 bis 13. Hier geht es hoch, da waren wir. Da hinten waren wir schon. Hier geht es jetzt wieder runter. Und hier geht es dann auf oder runter. Wo es dahin führt, keine Ahnung. Anscheinend war das dann der Eingang. Hier ist die Rezeption. Und das hier ist anscheinend von draußen der Eingang gewesen. Weil hier ist auch eine Tür. Und hier steht Gaststätte. Also das hier war die Gaststätte. Das hier war die Gaststätte. Und hier ist es dicht. Oder? Probier mal. Das wollte nicht so sein. Und hier geht es dann. Warum? Und hier. Haben sie was davor gestellt. Kommst du neu? Ja. Ja. Und hier geht es dann. Hier geht es. Hier geht es jetzt rum. Krass. Da hinten. Füllen wir das mal da hinten rein. Und da sehe ich jetzt gar nichts. Aber seht ihr das? Das ist die Küche gewesen. Krass, warte mal. Mal schauen. Das hier war der alte Schlüsselraum oder so. Hier seht ihr, hier waren die ganzen Hotelzimmer die Schlüssel. Hier hängen sogar noch welche. Und wenn man jetzt hier mal schaut, der Kalender sagt 2000. Also ist das locker 22 Jahre verlassen. Hier geht es wieder in den Saal. Den Raum habe ich euch gerade gezeigt. Und jetzt geht es hoch. Dann schauen wir uns das Ganze mal oben an. Das ist jetzt auch krass, oder? Hier sind noch alte Hotelzimmer. Hier ist auch noch ein altes Zimmer. Aber ist krass, ne? Guckt euch die Hotelzimmer an. Hier ist auch noch ein altes Zimmer. Und hier ist noch eine Toilette und Bad. Da fehlt was. Da ist noch einability. Oh mein Gott, warum geht das denn? Wo ist denn da? Da ist alles. Oh mein Gott, wo geht's hier? Da haben sie das zugemacht. Die Küche ist krass. Und da geht es wieder raus. Da geht es wieder raus. Da wurde sowas. Speisekarte, Samyong, so bei 4x50. Rindergulasch, 5 Euro. Das ist die Waage. Und hier geht es jetzt wieder rum. Und die Gaststelle? Die Gaststelle ist dahinter. Die Gaststelle ist da dahinter. Na ja, vielleicht haben sie schon rausgeräumt. Das hier ist die alte Gaststelle. Auch krass, oder? Wahnsinn. Hier geht es dann weiter. Und da. Das hier ist. Ach, da ist auch nochmal ein Raum. Da sind Sachen abgestellt. Da sind Sachen abgestellt. Und jetzt geht es hier. Hoch. Ist immer scheiße, wenn man Kartaschenanbeter bei hat. Da hinten ist nochmal Eingang. Und hier geht es wieder in einem Saal. So. Krass. Haben wir alles gesehen, hätte ich gesagt. Der Saal killed mich. Wahnsinn. Auf jeden Fall krasse Location. Schwimmbad oder so haben wir nicht gefunden. Aber sonst. Geiler Scheiß. Hier haben wir nochmal einen Absteuerraum. Dahinter ist nochmal Tür. Wenn du jetzt schaust, da dahinter. Und hier geht es wieder raus. Aber ihr seht schon, dass es länger verlassen ist. Und nein. Wir sind hier nicht eingebrochen. Es stand ein Fenster offen. Also für alle, die jetzt wieder sagen, eingebrochen oder ähnliches. Nein sind wir nicht. Ah, da hinten ist das Pissoir. Habe ich noch gar nicht geschaut. Hier sind die Männertoiletten. Und da oben seht ihr es ja. Krass. Schon denkst du, dass sich verlassen ist. Spinnenweben. Guckt euch das an hier. Heftig. Wirklich heftig. Schon nicht schlecht. Hier sind noch alte Tornaufnahmen. Schon krass. Ja. Auch hier Boden. Bühnenstücklose stehen hier. Geil. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Location, Freunde. Hier steht sogar die Tür auf. Seht ihr das? Hier hinten ist nochmal Heizraum oder sowas ähnliches. Hier Heizraum. Hätte ich jetzt behauptet. Hier ist nochmal ein Zimmer. Ja und hier geht's hoch. Alter, heute ist es warm. Hier geht's hoch. Hier oben ist anscheinend Technik oder so. Ja, Heizraum und ähnliches. Guckt euch die alten Sicherungsange. Guckt euch die alten Sicherungsange. Ach, da gesehen wir haben Nachbarn am Teller geguckt. und krass und da geht es runter und dann verpissen wir uns wieder aber was ich in den komplexen hart gefunden habe, das war eigentlich ein schumbad hat es zu dta zeiten nicht gegeben anscheinend es ist leer, es ist alles leer wir fahren weg von der location und das sehen wir hier es ist definitiv auch ein lost place, 100 prozentig ist alles verbarrikadiert, alles zu krass wir fahren weiter zur nächsten location